Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Minecraft zur 34, muss schon nachgucken, 34. Episode der Einsendung, die euch zeige. Die heutige Einsendung nennt sich Redstone Command Kino. Hallo Dear Minecraft, in dieser Welt zeige ich dir mein Kino. Im Kino selbst ist ein Türsystem, eine Essensausgabe verbunden mit Minecraft System, kein EMS, ein Kassensystem, ein Kotschloss, ein Kinofilm mit Animationen durch Armor Stands und noch mehr. Nur der Kinofilm läuft über Command Blocks, alles andere ist mit Redstone Vanilla Minecraft Redstone Technik gebaut. Film noch, was steht da, noch in der Beta-Version, funktioniert aber sehr gut. Ich hoffe, dir gefällt die Welt. Grüße, Technik Crafter. Also das hört sich schon mal cool an und natürlich, hier ist der Kompromiss mit den Command Blöcken okay, wenn der Kinofilm denn gut ist. Verlinkt ist leider kein YouTube-Kern-Sozial-Netzwerk-Link, aber in der Videobeschreibung findet ihr den Download und wir jumpen nun zusammen mal in Kino von Technik Crafter herein, um uns der Anpreisung zu überprüfen, ob die Anpreisungen stimmen. Kino heißt es dort. Schön, sieht gut aus. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin gespannt, weil Kino und Minecraft sind immer saukompliziert. Film ist noch in der Beta-Version. Bitte lese die Schilder. Bitte gebe dich nicht als Erbauer dieser Welt aus, denn es war sehr viel Arbeit, diese Welt zu bauen. Das gilt es gleich noch zu überprüfen. Regeln. Setze Sheets auf, an. Zerstöre keine Blöcke. Setze deine Sichtweite auf mindestens 5. Habe ich sie auf mindestens 5? Ich glaube ja, 17 reicht aus. Hallo und willkommen auf der Welt Redstone Kino. Diese Welt ist von Technik Crafter. Ja, ganz offiziell hier. Ihr lasst die blöden Witze mit. Uh, die Welt ist von mir. Nein, natürlich. Ich stelle ja eure Welten vor und nicht meine Welten. Das macht irgendwie keinen Sinn. So, und es geht hier um Detailarbeit. Time, set, night. Bitte, 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 bitte. Ja, cool. Nachts schließt das Kino. Geil. Schön. Ich liebe Detailarbeit, das wüsst ihr ja. Je mehr Detailarbeit gemacht wurde in einer Welt, so glücklicher bin ich. Und wir haben ein 1, 2, 3, 4 Sandtor. Ist auch gut. Tor schließt abends automatisch. Kann im Kontrollraum ausgeschaltet werden. Okay, cool. Da sind wir drin. Okay. Ja, das sieht aus, als ob hier wirklich jemand viel Arbeit gemacht hat. Licht an, aus. Zum Kontrollraum. Lampe an, ausgewählt. Essen auswählen, indem man den Knopf drückt. Hab ich. Abwählen möchte ich haben. Ein Emerald in den Dropper legen und man bekommt drei der ausgewählten Essen. Ein Item. Okay, verstehe. Pass auf, dann möchte ich gerne, weil ich so ein Typ bin, ich möchte gerne sechs Äpfel haben. So, jetzt bin ich gespannt. Wow, es funktioniert. Boah, ist das gut gemacht. Mhm. Okay, cool. Cool. Mega cool. Schön gemacht. Tolles Interface. Gefällt mir wirklich. Super. Kannst auswählen. Das Ding merkt sich, wie ich mal eingeworfen habe. Schön. Daumen hoch. Super. Gefällt mir. Was haben wir hier? Ausgang. Was haben wir hier? Kasse. Okay, und Kontrollraum. Kontrollraum kann jeder betreten aktuell noch. Licht. Beim Licht müssen wir einen Schalter umlegen. Ah, schön animiert. Dann geht es hier weiter. In, zum Kontrollraum. Kontroll. Zum Kontroll. Ah, ich wollte gerade sagen, hier gibt es kein Sicherheitsschloss. Sehr schön. Sehr schön. Haben wir denn den Code? Ist 3572. 3, 5, 6, 7, 2. Ist das die Tür? Ja. Cool. Sehr schön. 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 Wunderbar. Zum Kontrollraum. Man geht hier unter der Scherbe, man geht auf die andere Seite. Das Kinos, habe ich mir das Gefühl. Und Einnahmen. Oh ja, schön. Brot, Apfel, Hähnchen, Kartoffeln. BMS-System. Automatik. Aus, an. Manuelle Steuerung. Tür öffnen, Tür schließen. Steuerung, Tür löcheln. Super. Ich bin begeistert. Hier hat sich jemand auch inspiriert durch meine Videos mal was richtig Geiles gebaut. Jetzt bin ich auf den Film gespannt. Wie sonst was. Huh, ich hoffe, der Film ist nice. Aber wird es bestimmt. Okay, er ist mit Command-Blöcken umgesetzt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Huh, gibt es hier Popcorn? Na, Minecraft gibt es ja keine Popcorn. Und davon haben wir Äpfel, ne? Typ. Buddy. So, dann hierher. Und ab zur Kasa. Kasa Nova. Weg, weg, weg. Was haben wir hier? Emerald in den Spender legen. Ein Emerald bezahlen, um durchzugehen. Und ein Eintritt, ein Emerald. Das ist ein absolut fairer Eintritt. Zack. Hier geht es rein. Und jetzt geht es hier nach oben. Diese wunderschönen Stufen. Und wir sind im Kino-Raum. Huh, geil. Mit Vorhang, richtig. Ich hoffe, dass es ein Fonk ist. Saalbeleuchtung. Aus. Wir wollen den Film genießen. Bühnenbeleuchtung. Aus. Treppenbeleuchtung. Aus. Welche Treppenbeleuchtung? Achso, Treppenbeleuchtung, die wahrscheinlich auf den Treppen ist oder wo? Ach, keine Ahnung. So, und Film starten. Woo! Film startet. Bitte schnell hinsetzen. Würde ich sagen, genießen wir mal den Film. Drei, zwei, eins. Fehlt ein bisschen Musik. Oh. Oh, ho, ho, ho. Hallo. Ich bin Technik Crafter und wenn du mich nicht sehen kannst, musst du nochmal alle Einstellungen aus Spawn dir ansehen. Wenn du mich aber sehen kannst, hast du alles richtig gemacht. Ich wünsche dir viel Spaß bei meinem Film und hoffe, er gefällt dir. Das ist ganz schön aufwendig, sowas umzusetzen. Sehr, sehr geil. Wir sehen einen Wald, eine Person kommt und baut Holz ab. Also wir sehen eine ganz klassische Minecraft-Szene. Das ist super gemacht, ich finde das geil. Weil das Hin- und Herbewegen, das ist alles mit sauviel Arbeit verbunden. Jede einzelne kleine Bewegung muss animiert werden. So, und der Typ baut irgendetwas. Boah, ist das gut gemacht. Man hat das Gefühl, als ob da wirklich ein echter Spieler ist. So gut ist das animiert. Und er baut sich ein kleines Haus. Mit Fenstern und Tür. Nee, keine Tür. Jetzt baut er sich einen kleinen Schutzwall. Guck mal, wie gut das animiert ist. Jedes Mal, wenn er den Block setzt, bewegt sich sein Arm. Boah, was für eine Arbeit dahinter stecken muss. Wow. Wow. Das ist sauviel Arbeit. Oh, ein Zombie. War ja klar, dass es Gegenspieler gibt. Die Zombies möchten ihn wohl attackieren. Sie stürmen ein. Doch schaffen sie es, die Wand unterzubringen? Oh, sie nutzen TNT. Nicht gut. Und der Film endet. Wow. Geil. Ende? Ende? Fragezeichen? Ist das das Ende? Hoffentlich hat das dir gefallen. Ja, es hat mir gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann auf jeden Fall mal Daumen hoch geben und eure Meinung unten in die Videobeschreibung, äh, nicht in die Videobeschreibung, das schreibe ich aber rein, sondern in die Videokommentare schreiben. Wow. Was für ein geiler Film. Guck mal. Game Rule, Command, Block, Output, True. Machen wir das mal an. So, wir sehen jetzt nichts und wir starten den Film. Wuhu. Guckt euch das mal an, jetzt was für Command-Blöcke da abgehen werden. Geht das Licht eigentlich automatisch aus? Das würde mich auch mal interessieren, ob das automatisch ausgeht. Das wäre natürlich auch ein nices Detail. Ich bin ja großer Fan von Detailarbeit. Da. Guckt mal da unten jetzt in den Chat. Da seht ihr, dass da Arbeit hinter steckt. Allein diese detailvolle Animation, alles muss irgendwie gemacht werden. Das ist schon, boah, das ist mit, ich weiß, was für eine Arbeit dahinter steckt. Ich bin immer noch ein bisschen sprachlos, weil das vor allem ein sehr langer Film ist. Ja, und ich wette, da sind ziemlich fette Command-Blöcke dahinter. So, lasst uns die mal suchen. Guckt euch das mal an, was da für eine Geschichte im Hintergrund abgeht, nur damit so ein blöd kleiner Film läuft. So, jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken. Wir sehen, hier ist erstmal die eigentliche Z-Technik und das ist er, der eigentliche Film. Das heißt, hier ist genauestens alles festgelegt und alles gestriptet. Ich weiß gar nicht, mit was für Engine der gute Kollege hier arbeitet. Also, ich verfolge mal das grüne Signal. Das grüne Signal, achso, was machen wir im Place-Block. Ah ja, da sehen wir, passieren irgendwelche Sachen. Er hat Abläufe koordiniert. Das ist der Terrain, wie wir sehen. Da, das heißt, da werden Sachen rausgenommen aus diesem Terrain. Genau, das ist die Szene quasi. Das Haus muss er auch irgendwie bauen. Das ist mit so viel Aufwand verbunden alles. Guck mal, ihr seht das ja im Chat da gerade, was da alles abgeht. Wie er sich hier bewegt, die ganze Zeit das baut. Jedes einzelne Ding hier ist genauestens festgelegt. Wir haben hier einen riesen Command-Block-Apparat. Ja, du hast dir echt wahnsinnig viel Mühe für dieses Kino gegeben. Ich glaube, ich würde schon fast sagen, dass ich das Ding gerne in meine Redstone-World mit einbauen möchte, wenn ich darf. Dann muss man die Video... Also, falls du meine Videos guckst, lieber Herr Bauer, schreibe doch mal in die Kommentare, ob ich das in meine Redstone-World implementieren darf. Denn das ist schon... Ja, Hut ab. Ich bin schon sprachlos. Geile Einsendung. Wahnsinnig geile Einsendung. Ich gucke mir gerade die Technik von oben ein bisschen an. Die ist genauso geil. Super. Ah, Seth Game-Mod, ihr seht gerade im Chat, er hat den Game-Mod automatisch auf easy gemacht. Die Frage ist, wie sicher ist das Kino dann jetzt? Wenn ich mal ganz kurz Game-Mod 0 gehe, wollen die denn auch mich... Ah, die wollen auch mich attackieren, ne? Ja, 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 ihr seid ganz, ganz raffinesse. Ganz raffiniert. So. Oh, schön. Sehr schön. Ah, die Zombies werden gar nicht despawnt, oder? Doch, die werden despawnt. Oh, super. Super, 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 super. Cool. Und was haben wir hier unten Schönes? Zum Ausgang. Zur Rundfahrt. Es gibt auch noch eine Rundfahrt. Leute, das hört ja gar nicht mehr aus. Das ist die Technik-Rundfahrt. Bitte bleibt während der Fahrt sitzen. Zack, zack, und Knopf drücken zum Starten. Woo! Wow. Ja, was soll man dazu sagen? Geile Einsendung. Vielen herzlichen Dank, dass du sie eingeschickt hast. Es ist ein geiles Kino. Ich freue mich, das heute zeigen zu können. Ah, ich hätte hier überall Barrier-Blöcke hingepackt, dass man nicht in die Technik reingehen kann. Und auch sehr viel Detailarbeit. Hätte sich jemand sehr viel Mühe gemacht. Hier hat jemand Leidenschaft beim Bauen benutzt und eine mega geile Welt gebaut, die mir sehr imponiert, mir sehr gut gefällt, die Command-Blöcke großartig gut eingesetzt hat. Ich empfehle euch alle, diese Welt zu downloaden, euch die Welt selber anzuschauen, den Film euch in Ruhe anzuschauen. Und müssen wir mal ganz kurz gucken. Im Formular hier, dass ich euch nichts falsch stelle. Nein, er hat keinen YouTube-Kanal. So, schade. Ich hätte euch so gerne gesagt, dass er, wenn er einen YouTube-Kanal hätte, da mal vorbeizuschauen. Denn bei solchen Sachen ist es natürlich nice, wenn man ein Video macht und ein bisschen erklärt, wie das gebaut wird. So, und hier endet wahrscheinlich gleich die Fahrt. Ich schmeiße mal kurz mein Dings weg. Das ist schon viel Technik, wie wir hier sehen. Also hier hat sich jemand viel, 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 viel Mühe gegeben. Daumen hoch. So, die Fahrt ist zu Ende. Die Fahrt ist zu Ende. So. Und dann gehen wir mal hier Richtung Ausgang. Ja, der, der auch für den Server ist. Das bestimmt eine nice Sache hier. Denn wir sehen, die Technik schaltet sich aus. Sprich, das Ding hier ist für den Server geeignet. Die Technik schaltet sich komplett automatisch aus. Ihr seht ja im Chat, es läuft gerade nichts. Ich glaube, dass das wahnsinnig gut für den Server geeignet ist. Und man kriegt ja gute Einnahmen. Schön ist das. Ein wunderschönes Kino. Vielen herzlichen Dank. Und ansonsten, vielen Dank für die Zuschauer. Bis bald. Und ciao, Leute.